Hallo und willkommen bei HartbeHart. Hier das Update des 1.300 Euro Gaming Computers Januar 2017. Als Prozessor der Inseco i7 7700K mit 4x4,2 Gigahertz. Er hat einen Turbo-Takt von 4,5 Gigahertz, 91 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit, er hat Hyper-Threading, das deutet jeder Kanal 2 Threads, also ein theoretischer Achtkerner und hat einen K am Namen, was heißt er hat einen offenen Multiplikator, also freies Übertakten. Es ist zur Zeit einer der besten Prozessoren zum Zocken, er lässt sich extrem gut übertakten und sollte für Gamer die nächsten 3-5 Jahre noch gut ausreichen. Dann als CPU-Kühler der EKL Alpenfön Brocken 2. Es ist ein großer und starker CPU-Kühler und mit ihm kann man den Prozessor leise übertakten. Als Mainboard das ASRock Z170 Pro 4 mit dem Intel Z170 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR4 RAM-Bänke, Pisa Express 3.0, ein M2-Slot, SATA Express, ein 7.1 Soundchip und am IO-Panel einmal PS2, 6x USB 3, DVI und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, eine LAN-Buchse und 6 3,5mm Klinken für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 16GB Patriot Viper 4. DDR4 3000 und CL16 sind sehr, sehr schnell. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann in einem Dual-Gel-Modus betreiben und 16GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre auf jeden Fall genug. Dann als SSD die 250GB SK-Hinix SL308. Es ist eine sehr schnelle SSD und 250GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein bis zwei Spiele. Als Festplatte die 1TB von Toshiba. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1TB sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Als Grafikkarte die 8GB Pellet-Gefers GTX 1070 Dual. Sie sollte dank dem niedrigen Stromverbrauch und dem guten Kühler nicht allzu laut sein. Man hat als Anschlüsse einmal DVI, dreimal Displayport und einmal HDMI. Und mit ihr sollte man die meisten derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Und als Netzteil das 450W KUGA GXS 450. Es ist ein Single-Rail DC-DC Netzteil mit 80 plus Gold. Und 450W sind für den PC viel mehr als genug, man hat also noch gut Platz zum Aufrüsten. Dann noch ein DVD-Brenner von LG. Und als Gehäuse das Fractal Core 3300. Es ist ein schlichtes Gehäuse mit gigantisch viel Platz für Komponenten. Außerdem sind zwei 140mm Lüfter bereits vorinstalliert. Aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Das war's dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls die Zusammenstellung älter als zwei Monate alt ist, bitte in die Beschreibung schauen. Dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.